Wir wurden mit das ist so recht Okay, wollen wir den Typen mal ein bisschen penetrieren? Oh shit! Oh shit! Momente! Momente finde ich gut! Oh shit! Okay, mit dem Typen ist nicht zu Spaß! Ich denke ein paar Granaten könnten es richten Die explodieren ein bisschen lange, oh der kommt natürlich jetzt nicht hier lang, ne? Oh, so nehm mal Hab ich schon die ganze Zeit! Das wird Frist ohne Ende! Wow Roll ins 20! Ihr habt doch alle keine Chance Komm her, du bist der Nächste! Sollen wir mal den neuen Konto ausprobieren? Yeah! Ey, wir feiern doch schon die riesigste Party überhaupt! Kann nur besser werden! Oh, das Ding können wir aufheben? Der Problemlöser! Komm mal her! Ja! Ich hab ein Geschenk für dich! Hohoho! Nur noch ein Haufen! Los! Oh, das ist praktisch! Ich kann damit aber nicht gleichzeitig ausweichen! Freck! Ja! Nur noch ein Haufen Asche! Ich weiß nicht, was du nachher hast, du Masked-Freak! Aber du kommst nie zu mir, während ich in dieser Panik-Rulein bin! Ich würde gerne diese Theorie testen! Hm. Wie viel Seed-Board ist das hier? Es wird nicht mehr als 20 oz. Was? Ich mag das Metric-System! Wie viel in Amerika? Wir sehen, wir haben die 7... 7... Dude, fuck man! Just use all of it! Oh, yeah! That was awesome! I told you. 20 oz. That was pretty sweet, though. How's that for impenetrable asshole? Fuck yeah! Voll die Tür aufgebrochen! Hm. Ich glaube, wir bearbeiten immer ein bisschen. Bam! Bam! Oh, yeah! Oh, yeah! Die Fresse! Dibisieren! .... Hurt. Biss. Oh, wow! Du bist zu scherzen drauf! Oh, ja! Na, poiiler hoch. basic Bihini. legcyk! Feins. Det sind alle. Wir sind alle. kh! Oh, okay. Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! What the? Oh, my God! Oh, my God! Now, that's what I'm talking about! Peter, my man! You see all that? Ha, ha! Ja, das ist gut, Peter. Hey! Where are you a-holes going with my contract? Way to go. He got away. Give me some credit. Oh, I see. We let him get away, didn't we? Duh. Fun is in the chase. Now you're talking. Let's get it. It's time for me, Dickerchen. Deadpool is just a badass. I love it. You look like a Zelda. Mr. Deadpool is... Mr. Deadpool has gone out of the budget. But come on! Wir haben nichts dagegen. Wie früher! Hey, wir können Tacos sammeln. Das Spiel wird immer besser. What the fu- What the hell? Oh, shit! Feuer ist nix gut. Hallo? Nicht umsonst bei. Können wir mit interagieren. Was ist bloß mit diesen Viechern los? Boop, bop! Peter! Hey, I was just running around my game, and all of a sudden I noticed that... some shit was fucked up. What's up with that? I warned you about the budget, Deadpool. You literally blew all the money. Wait. Budget? What the hell, man? Yes. You do realize that all games have budgets. Peter. Sweetheart. Boboa. Let me remind you that my website got 15 million hits the weekend we announced. One million one? One million two? Cough it up. Haha. Weg hier! Go! I'll hold him off! Wait. Wait. What? Who? D-list villains! Geht doch nicht! Meine Fresse, jetzt kommen wir gar nicht durch! Ah. Meine Hüpfbock ist auch kaputt. Nicht gut. mit Mr. Moneybags, anyhow. Whatever. They've got our mark. No mark. No money. Cover me, bro! Ich werd euch zerstücken. Krieg Deckung in der Hölle. Hey, ist Mr. Ziegelstein hier irgendwo? Ich kann doch garantiert, ihr will ihn aufheben. Obwohl... Schwetter sind ziemlich cool. Oh, du gehst mir auf den Sack und tu mir auch! Ah. Ich nenn den Move den Mixer. So viel das Blut spritzt. Ziemlich genial. Zeigen wir mal wie's geht. So was von keine Gnade. Oh ja, das kam das Ding jetzt super leicht von der Hand. Geh mal. Oh, Luft kommt! Oh! Oh! 45! Ey, geh mal weiter! Okay, die Clowns sind schon ein bisschen stärker, aber... Glaub ich gefährlich werden? Das mag ich nicht! Ey, ich hab noch einen Momentum. Ich hab noch einen Momentum. schädel schädel 79 kremer so übel aber wir können auch viel höher gehen Nee, Idioten. Dann will sich jeder mit so einem Typen anlegen. Jacks nicht. Ab, ab, ab. Dann hier lang. Das hat sich gelohnt. Ich hoffe, es ist wieder Zeit für ein bisschen Shotgun. Jep, Wandsprung. Danke für die grünen Lampen. Wollen wir jetzt da oben noch was? Ne. Hätte ja sein können. Vorher noch von unten schießen. Nie mal vorsichtig sein. Oh, shit. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö You are so uninvited to my birthday party. Ehrlich, wie kann das nur wahren? Deadpools Geburtstag ist der Hammer. Oh ja, die waren alle noch in der Luft. War ziemlich wirklich draufgegangen. Ich hab schon mal mehr Awesome Moves. Ja, genau so. Beam-Pferde. Er ist einfach ein Badass. Deadpool ist der Geilste überhaupt. Oh nein. Malo, dies ist so viel stärker. Ja, und schick trotzdem die Hand langer drauf. Einfach ist immer der richtige Weg. Oh. Ich hab schon vorgleich ein Badass-Ding-Momentum-Move. Warum bist du nicht da runtergezockt, Lichjord? Der so schön Matsch, wenn man da rein sticht. What the fuck? Komm mal alle zusammen. Komm. Ich hab irgendwie so dämlich geschützt. Okay, den Typen hab ich erledigt. Jetzt nicht mehr. Hey, maybe do it slower next time. Na, der Zermin auf Wiedersehen. Hier bin ich. Hehe, ich krieg mich nie im Leben. Nie im Leben. Hey, wo du dort seid. Okay, schon mal einiges entscheiden, was wir da reinkriegen. Ja, ich doch. Ja, ich doch. Grüß mich nie, grüß mich nie. Oh, oh, oh shit, oh shit. Okay, die meint's ernst. Hey, ich lass dir nur so ein Geschenk da. Lasse dich weg. Vorher würde ich dich noch ein bisschen berühren. Meiner Klinge. Und meinem langen Stab. Extrem langen Stab. Ach, der hat überhaupt keine Chance. So, schnell mal, bevor wir unten aufkommen. Ich hab jetzt gleich ausgesorgt. Ich hab jetzt gleich ausgesorgt. Ich hab jetzt gleich ausgesorgt. Ach, so ein Mist, ey. Okay, holen wir ihn da raus. Machen wir schon. Oh, so geil. Können wir sie nicht da rausziehen so? Ein bisschen berühren können wir sie noch. Oh, okay.